Equipment Wie geht's eigentlich mit dir im Studium? Bin ich wieder oben Ich mach unten eine kleine Mine Schaust du oben hinten, weil dann schaue ich vorne unten Ja das oben hinten ist mir eigentlich relativ egal Bin nicht von oben eingekommen Ja mit dem Dings halt mit dem Blast Strukturer meinst du? Ja Das bringt mich eigentlich nur einen Vorteil wenn sie spawnen Schau mal, da geht's so oft mit dem Ding Was hast du denn denn getötet? Ja aus dem Ziel hab ich halt einfach dann immer eine hingelegt Wie sie halt eigentlich die Mugs machen War er hinten oder was? Nee da, wo ist das denn Ziel? Ich geh mal Ich stell mich mal so hin, dass ich schnell da unten das Dings machen kann Ich mach einen Garten, Gartenkamera Bist das du? Ja Ja Die werden dann wahrscheinlich mehr raus kommen Da ist auch noch unten, unten 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 Die kommt beschenkt zu dir oder? Nein, der macht das Ziel Schau mal, dass du ihn kriegst Super 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 Der war gut, gut koordiniert So, das machen wir jetzt die ganze Zeit Äh, der Kraxler noch immer, der macht hinten unten Ja, ich hab ihn vertrieben Der ist da hinten links im Eck Ja, ich komm da gar nicht hin Aber vielleicht ist er mein Giftmini eigentlich Ich hab mal auf die andere Seite mein Giftmini Ah, der ist da im Untergrund Und dann wird er wahrscheinlich nicht mehr runter kommen Am Ende des Ganges Ich mein nicht den Plus Ah Ja, das wird ja auch Dann, unter dem Steg quasi Oder? Also Was? Du wär auch nicht tot Nee, so ein Steg Äh, oben eigentlich Irgendwo mehr kommt Also Ich schau mal ein bisschen nach Ja Nee, oben ist nix Also wenn dann ist er unten drunter oder so Das wolltest hinten Okay, dann schau ich mal hin Ja, kommt gerade rein Weißt schon Er wollte sich grad hochziehen Von mir Aber ich hör immer noch was unten und außen Was könnte ich sagen Hör es noch? Ja, wenn du dich bewegst, vielleicht ist es nicht Ich hab das das Spiel auch nicht Ah, da unten ist er Ja Ja Ein bisschen Was war denn das? Das war schon der zweite, der runtergekommen ist Von oben Ja Also eine Stelle liegt er direkt runter Nein, die werden unten so, oder? Ja, die werden unten Ja今回 ist man hocken Ah, jetzt bin ich aber gethydert Und jetzt bin ich gegast das war dann hat er das noch gekriegt da ist jetzt die Ziele 0 von 4 da muss man bei 99% gewünsert ich soll das nächste mal eine Lesemine hin da kann man nämlich langsam vorbeischleichen wie wohl oder so langsam vorbeischleichen wie wohl wo denn hin wann warst du da vorne Lesemine hin da ist er noch nicht draufgekopf verdammt der macht jetzt noch oben raus ja irgendwo ja 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 du bist du bist oben ich bin oben das ist schlecht ah ok jetzt muss ich was geheckt haben ich bin mal unten hast du einen Rucksack dabei? nein dann nimmst du am besten na scheiße ich bin gestanden ich muss ja nie ja ok lass ich einfach mal rum also das Assen haben sie jetzt fertig da oben können sie eigentlich nicht haufen nicht gehen haben wir mit runter warum bin ich das oben nicht haufen? weil wir jetzt vier Minen liegen das ist jetzt gerade irgendwo eine Einlegerin unten links was wird gehackt? ja ich gehe rein außer? ne ja komm mal raus wo ist das auch noch eine? ok ich höre das da sitzt keiner rein ah da war eine Minen ich kann nicht nachladen ich bin hier es ist dann einfach hier stehen oben in Stephen da steht noch ich bin schon wieder getacert aus da oben? nein der ist hinter mir der hab mich umbraucht ja Der ist zur Sauna, eigentlich, ja. Bam! Was denn? Eille... Okay, jaja, also... Gerade ist keine Gefahr. Ich hab nämlich einen Quasi im Schützkasten! Nee! Oh, der ist eh gleich verreckt. Eine halbe Stunde im Schützkasten. Ah, ist alles genau. Ähm... Ist du oben? Oder ist du oben? Ist du oben? Ja, das war... Da kommt noch... Da kommt noch... Na doch, man geht jetzt noch über mir. Das hat mich hin. Alter, ich kann das nicht abholen. Pass auf, jetzt kriegt er eine Presse im Bösen. Ah, da... Ach, verdammt. Schau mal, ob das funktioniert. Au, das ist doch in der nächsten Schuh getaisert. Das ist eine Granate, oder wie? Kann ich... Boah, das darf nicht funktionieren. Äh, einer ist unten. Ah! Ja, der ist von mir. Hast du ihn? Ja... Habt nicht geschafft. Ist der da? Aua, direkt in mir. Der ist ja hinter der Säule. Ja... Ja... Noch nicht? Nein... Ja, da steht wieder einer oben. Der Glasplatte. Alle zwei. So, alle zwei. Ja... Okay, der kommt dann nicht beim Pullerraum rein. So, wo geht lieber rein. Ja, der kann mich doch so auch tasern, weil... Ja, genau. Ja, genau. Und er redet gleich der Weiche zu. Ah, der wird irgendwie auch auskommen. Alter. Braaam! Also, ich felsen. Ja, das ist ja... Ach, der. Wo ist denn? Der Mann, von mir aus kann man das Spiel eigentlich spielen. Das hat sich rausgeworben. Okay, unten. Ach. Ha. Ich habe ... Hahahaha, warte du da hin, ja. Du gillade henne. Ja, du gillade. Oh, Mami. Oh, Mami. Oh, Mami. Ich proben wir wahrscheinlich da nicht in der Abfalle, wenn ich seine rauskomme. Welche Munition? Ja jetzt gleich. Ja, da ist in der Abfalle so ein Munitionsauffrisch-Dings. Ich weiß nicht mehr. Ich muss ja nur noch eine Minute nachlesen. Ach, du hast auch die Woche gemacht, hast du noch nicht die Sackmaschine gehört? Die Wasser. Ah! Ja okay, weiter. Ja, bei mir hätte das reichen. Schau mal, das bin ich vorhin. Das bist du. Verdammt, das wird doch wieder runtergehen. Da ist immer noch einer im Gang. Der Wildpool ist bei dir. Gehst du runter? Oder läufst du hier oben? Ist egal. Ja. Wie geh ich runter? Na, geh du. Da ist irgendwo im Gang nach oben wahrscheinlich. Ganz oben, über die Platten. Ja. Na gut, wo es da unten ist. Ich hör was rechts oben. Also oben rechts drin. Da wird's gehackt. Was ist denn das? Ist das bei dir unten? Ja. Ja. Der ist noch in der Luft gestorben. Ich schau. Ja, da wohin. Ja, sie kommen. Schaffens nicht mehr. No, Moisa, wo ist die Dachsache? Anniu, was Klo? Oh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.